. 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 Komm, mach ihn platt da oben. Ich weiß, dass die noch da sind immer. Ich sehe mal das rote Fadenkreuz, auch wenn ich ihn in der Dunkelheit nie sehe. . . . . . . . . nein nein alter ich habe die arsche ich habe ein monitor kaputt gemacht was soll der scheiß ist ich gehe mal einen anderen weg hat aber nicht ganz gut geklappt ich habe ein paar weggekriegt der schwarf habe ich eigentlich ausgetauscht ach okay ja ja ein echten idioten der sich wünscht hätte ich mal aus dem gegend raus zu kommen komm schon ich muss hier einmal kurz weg leute so ich würde jetzt sehr ungern mit diesem gesprungenen glas sich da weiterspiele das könnte jetzt gerne mal wieder verschwinden ja hallo alter die zielen unglaublich schnell und ich sehe fast nichts mehr und ich habe kein medikit mehr ich sehe nichts mehr warum lebt da noch einer bitte lassen medikit dabei gewesen sein nein scheiße beim taschenlampfe da lang ja licht aus ich bin voll sneaky unterwegs mich hat noch keiner bemerkt hier medikit 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 ist gut aber ich lasse mir doch auf weil das scheint meine sich nicht zu verbessern boah jetzt mal so ein horrorpart wäre ganz schön ich habe keinen bock mehr auf die schießerei hier komm schon wie durch scheint man nein und ich sehe auch fast nichts mehr ich gehe runter gleich treff ich ein das weiß ich sehe ich schon beim bildschirm an komm hör auf zu ruckeln spiel hör auf zu ruckeln die partikelberechnung ist auch fast schon wieder weg auf den boden mit kass sagt gute nacht granate bitte nicht bitte nicht ok ich kann zwei schüsse gleichzeitig haben weg 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 ich hab's gehört ich hab's gehört alter ich hab' keinen bock mehr aahhhhhh was für sich fällt absolut ich hab' ich hab' nichts mehr erkannt irgendwie da war alles zerspittert mit medikit wird das auch nicht geheilt alter 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 wenigstens habe ich jetzt nicht so viel muni verbrauch wie eben ähm 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 sorry muni was rede ich hier doch jetzt hab' ich mehr muni verbrauch als eben verdammte scheiße ähm 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 ich bin echt kurz davor den Schwierigkeitsrad einfach runter zu drehen Alter wisst du was leck mich ich sorry aber ich geh auf leicht runter auf normal hab ich hier echt keine Schnitte einfach einfach ich hoffe jetzt schaff' ich's irgendwie ich bring dich um okay scheinen weniger schaden zu nehmen das ist schon mal gut ich will nix vergessen hier wo ist das loch da ist das loch was war das denn grad warum schlägt der zu hä ich hab doch eben auch gezielt oder nicht hatte ich eben nicht gezielt der war gut auch diese nachladehinweise kamen eben auch nie Alter wie viel muni kann ich da reinhauen aber jedes mal muss ich einzeln auf R drücken ja ist schön glas ich weiß hopp Moment mal eben sechs schuss krass ich liebe eben immer nur mit ein zwei schuss rum hier bis zur zweiten macht der einzeln und dann macht er alle automatisch schnell komm hopp 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 kipp um alter warum kippt der nicht um ich hab granate gehört schau ab ja ich hoffe dein kater nervt dich jetzt nicht mehr passix alter granate 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 hopp 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 oh munn so die letzten zwei schuss auch noch reinhauen drei schuss sorry so sind die kater tja ich finde das vergeil wenn das ich die ganze Zeit eure kommentare die ganze zeit damit live lesen kann ich echt geil es kippt um verdammte scheiße wie viel hält er aus na endlich alter komplett nach hält das fliegen geht das wenigstens aus oder geht es dann irgendwann kaputt habt ihr schon viele gehabt ja das ist mir sowieso schon klar dass ich erledigt bin und euch gibt es einfach zu viele aber jetzt auf leicht scheint es einigermaßen besser zu klappen ich bin gespannt oh gott ich habe noch die drei schusswart der waffe zuschlagen kann so eine richtige geile milli attacke so das wurfmesser hier auch noch alter ich kann nicht mehr nachladen ich habe dich gesehen ein schuss nur noch hat nach schneller hopp weg mit dir lad nach lad nach kippt um lad nach gut 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 ich höre dich warum steckt ihr die immer wieder weg alter diese physics berechnung die ganze zeit mit partikeln und so das legt mich im ähm weil ich komme im kommentar lesen schon nicht mehr hinterher weil ich nicht die ganze zeit weggucken will weil ich glaube dann sterbe ich direkt ich sehe dich ich glaube er hat mich auch gesehen scheiß soll jetzt riskieren ich riskiere es nein keine granate schlechte idee warten bis das weg ist so jetzt kann ich mal kurz während diesen schon drei an schon drei kaputt gemacht mein gott natürlich würde ich auch bockig werden ja genauso ich bin kein mist vieh da da oben war noch einer den habe ich gesehen na hallo ich kann die nicht ausmachen noch einer da kann ich nicht dadurch treffen halt aber wie viele seid ihr verdammt nochmal mal